Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Part 3 von Let's Play Together Far Cry 3 mit dem guten Buddha. Hiho! Und wir haben uns hier eben mal kurz in Aufnahmepause durch das Menü geklickt mit den Dekodierungen und was es da alles gibt. Das ist so extrem verwirrend mit seinen Fähigkeiten und... Ah, schlimm. So, also lassen wir das lieber im Menü, sondern gehen lieber mal ein bisschen schießen. Jo. Da wissen wir wenigstens, was wir machen müssen. Richtig, da gibt es schön Klatsche für die ganzen Piraten. So, nochmal schnell den Sargnagel anmachen. Ich habe auch mal das Outfit geändert jetzt. Bin ich mir angemalt. Oh, ihr könnt umgefallen wie ein nasser Sack. Ah ja, alter Mann, was will man machen? Eine Wagenladung Diamanten, hm? Ja, fällt mir. Das hält den Käpt'n wenigstens auf. Wenn sein Deal nicht klappt, kommt er nicht von hier weg. Und wir wollen doch nicht, dass er ohne Kugel im Schädel verschwindet. Kugel? Wenn ich mit ihm fertig bin, sieht er aus wie ein Eichhörnchen im Garten, Häcksler. Das ist doch krank, Mann. Kommt, der Konvoi wartet nicht. Hier lang. So, ich habe mir auch nochmal ein anderes Waffenset gemacht. Und zwar hier die AK-47 mit der Magnum zusammen. Und die probieren wir jetzt mal aus. Wenn die doof ist, wechseln wir dann später auch wieder auf die STG-90 oder wie sie heißt. Okay, Kinder. In der nächsten Stunde werden die Diamanten von eurem Käpt'n zum großen Mann gebracht. Ihr müsst die Brücke vor uns sprengen, um den Transport in einen Hinterhalt zu locken. Ohne den Transport ist euer Käpt'n aufgeschmissen. Also los. Ich behalte die Brücke von unten im Auge. So. Genug geschmert. Auf jetzt. Genau. Richtig. Genug gelabert. Oh, können wir ja Seilbahn fahren? Vorne sitzen ein paar. Warte mal, ich hau mal den rechts hier. Kann ich leise wegmachen? Und Teleportation. Dann die da unten. So, soll ich die in der Tür machen? Nimmst du den rechts, ich nehme den linken hier am Feuer. Gut. So, meiner ist weg. Shit, der andere hat uns bemerkt. Wie immer. Guckst der Spritzer. Großartig, der Zug versperrt den Tunnel. Okay, wir sind verhandelt. Achso, das ist ja nur so'n kleines Haus. Oh, hoppsa. Das ist nicht so schlimm. Ich kann das ab. Hier ist schon Munition. Okay, ich hab ne Batterie gesammelt. Ja, der muss wahrscheinlich hier zum Zug, ne? Ach nee, wir brauchen insgesamt eh drei Ersatzteile. Ähm, Zug? Ja, geht auch Zug. Ja, wir brauchen drei Ersatzteile. Ich nehme mal nicht an, dass wir die... Also, die müssen wir alle drei Teile gleich suchen. Ja. Nehme mal nicht an, dass wir alle drei da hinbringen müssen. Einzeln. Was war denn das? Ja. Ich hab noch ein Teil. Das sieht nützlich aus. So eine Hand ist das irgendwie... Das sieht nützlich aus. Wenn du irgendwo eine Hand siehst... Ja, meine Ola hat grad gesagt, das sieht nützlich aus. Ich würde auch was aufheben hier. Ja. Da. Mach auch was. Ja. Ne Autobatterie. Ja, ich hab auch schon zwei, einiges gesagt. Zugstatus. Ich reparier da mal wieder den Zug, ja? Ja, mach du mal. Ach komm. Wir helfen mir noch ein bisschen mit hier. Schwupps, die Kiste, Alter. Fährt er jetzt los, oder was? Jo. Ich glaub, der fährt nur vor, oder so. Aber jetzt kommen Gegner hoch. Äh, fährt auch bahnbrechend schnell. Mit 1,6 Stundenkilometer, oder? Das wär jetzt schon zu schnell. Ich seh ja nicht, dass er sich bewegt. Was? Dreifach kill. Wirst du denn? Junge, Alter, da hat mir ein Messer, ein Keule gegeben, und ich bin auf den Boden geklatscht schon. Na, helf ich dir mal. Was, Typ, ey. Da oben kommt noch einer. Zack. Ah, die AK macht schon um einiges mehr Damage. Muss man ja sagen. Ist er schon da? Komm, wie der Zug davon rast. Nein, renne nicht auf den Zug zu, uns wirst du überfahren. Nein. Er bewegt sich doch gar nicht. Kann man schon weiter gehen? Ne. Ist mir da irgendwie hoch? Ach, da müssen wir irgendwas... Ne, dafür müssen wir irgendwas aufsammeln. Oh, jetzt skippt der Gas. Jetzt rastet der vollkommen aus. Vorsicht, er hat ein krasses Messer dabei. Ah, ich hab ja nicht getroffen. Shit. Oh, ich bin down. Was? Er hat sich ran geportet bei mir, ey. Ja, hat er auch. Danke dir. Ah, die Magnum hat's gerichtet. Nein, wie der Zug auf mich zu rast. Ich hab so Angst. Ah, zwei Schüsse aus der Magnum und so'n Typ ist down. Irgendwo kommt ein dicker. Da ist er zu, wenn ich schiebe gerade gesagt. Aua, da hinten ist er. Ah, ich bin so ein Nachlern. Bam. Boah. Ey, der hat mit einem Messer, Alter. Der gibt ja einen Schlag, nur bis down. Oh, was ey. Der hat sich auch wieder ran geportet. Das ist mies. Warum macht der denn Dings? Ja, One-Hits. Ja, One-Hits. Ja, wir spielen ja auf höchsten Schwierigkeitsgrad normal. Wie immer. Okay, ihr wollt auch einen Käpt'n... Oh, und komplett von vorne wieder. Oh, mies. Ich glaube, diese Mission werden wir noch fünf, sechs Mal machen. Aber dass da kein Checkpoint gesetzt wird, wenn du zum Beispiel den Zug repariert hast oder so, finde ich doof. Das ist fair Quatsch. Richtig, bla bla bla. So, ich mach wieder den rechts weg und danach machen wir die Bähnen wieder, wa? Ja, probieren wir es zumindest, ja. Jo, der ist weg. Jetzt hast du sie mit deinem Sprung aufgelockt. Äh, aufgescheucht. Ich kann mich nicht heilen. Warum kann ich mich nicht heilen? Ja, das geht nicht. Einfach so. Hab ich ja auch schon gemerkt. Soll ich uns beiden einfach mal... Lass uns mal was spritzen dann? Weißt du? Wenn das losgeht. Und dann können wir auch hier Kampfschrei machen. Also wir sind eigentlich schön blöd. Warum wir nicht alles einsetzen? Ich denke da in der Hektik auch nicht dran. Da kommt so ein Messertyp und natzt dich um. Ja, weil sonst geht es ja auch, ja. Da hinten ist keiner. Okay, es geht wieder ums Aufsammeln. Ich habe wieder hier einen Teil. Ich glaube, die Teile liegen immer gleich. Da, wo es vorhin das war, wird es bestimmt auch wieder sein, oder? Nee? Nee, ah, jetzt liegt hier was dran. Nee, liegen schon woanders die Teile. Okay. So, eine Batterie habe ich auch gefunden. In dem Haus war es schon drin. Hier ist noch eine. Ah ja. Was ist das denn? So, jetzt müssen wir den Zug reparieren. Das ist ein guten Battlefield-Schweißbrenner. Ja. Ich mal vorne meinen Namen rein. Oh, Führer? Ich will den Zug auf den Zug rast. Das ist doch monströs, oder? Oh mein Gott, er wird mich umfahren. Nein, ich rette dich. Hüpf weg. Gaffschuss. Warte mal, kommt einer um die Ecke. Links kommt noch einer, hinter dem einen Haus. Ich will die ganze Zeit nicht auf die Gleise laufen, weil ich denke, die ganze Zeit von hinten kommt der Zug. Aber der braucht ja acht Jahre, bis der hier ist. Ja. So, ich würde mal sagen, jetzt hauen wir mal diesen komischen Boost, die schnell um die Ecke rein, wa? Willst du das? Wollen wir es mal mit dir machen? Komm her, komm her. Ach, geht schon. Okay. Willst du leben oder nicht? Das könnte ich äffnen. Was nimmst denn du? Regeneration habe ich genommen. Ich nehme Berserker. Hier. Oh, diese Messerfreaks. Die sind schlimm, ja. Furchtbar. Oh, schön. Hörst du schon? So, ah, der Schirrte kommt zwei. Ich schieße nur laut Radar. Aua. Hinter uns, Achtung. Boah, so ein Messertyp, ey. Wo, wo, wo? Ja, ich hab den schon. Okay, du hast dich. Hier, noch eine Nade schon. Ich habe eine Nade noch. Ich kriege wieder nur den Assist. Der Sack nie umkippt, wa? Achtung, jetzt gibt der Zug weggeschgast. Oh, ja. Checkpoint erreicht. Geht doch. Sehr schön. Ich hab mir nur mal den Mund genommen. Du stirbst. Oh, ich lass mich mal wegschieben. Oh, wie das gerade aussah. Voll buggy sind die Leischen da rumgeflogen. So, was sollen wir machen? Ach, jetzt sollen wir hier hinten rein, oder was? Ah, jetzt sollen wir hier in den Tunnel. Genau, der hat einen Weg freimacht. Achso, hier geht's lang. Okay. Wie immer hinter jedem Zug, oder? Okay, ich seh keinen aktuell. Das ist gut, dann bleib ich hier mal kurz stehen. Machen wir mal ein Kippchen aus. Erfolg auf dem richtigen Weg. Oh, yeah. Kein Zeichen von dem Konvoi, aber... Meine Babys hier haben wohl ein paar Freunde angelockt. Tut mir einen Gefallen und vertreib diese Arztlicher. Oh, ja. Oh, nee. Oh, noch snipen. Das ist ja genau mein Wettkampf, Korn. Okay, also da werden wir beide, glaube ich, nicht gewinnen. Ich schieße auch akkurat daneben. Ach, komm, ey. Ich spürze viel Bälle. Oh, es scrollt er langsam, ey. Ah, ist ja langsam, wenn du ran gesucht hast. Oh, er hat überlebt. Ich muss immer nachladen. Oh, die Rakete kann nochmal. Ich mach mal ein paar Fässer kaputt, einfach nur, weil ich's kann. Ich hab ihn doch direkt in den Kopf geschossen, oder ans Knie ist, oder alles selber. Boah. Ah, ich muss nachladen. Er hat Hurensohn gesagt, kann er mich ja nicht mit meinen. Genau. Stimme Typ in dem Boot. Ich sehe aktuell gar keinen. Ich wohne. Ah. Wo siehst du denn die? Verrat's dir nicht. Du bist ja fies, da. Nein, schon wieder daneben, ey. Genau, das wären viele übrig. Jetzt weiß ich nicht von hier unten. Oh, ins Knie. Man kann so langsam die Maus nur bewegen. Das nervt mich, ey. Das müsste so schnell sein wie normal auch. Ich frag mich, warum das langsamer wird im Zoom. Ah, das war klar. Ich tu dir alle nur anhitten. Ne, das hat mir gerade nicht gefallen. Aber im Singleplayer, äh, wurde's auch nicht langsamer, wenn du ran gesoomt hattest. Na, das ist hier ein bisschen schwieriger alles. Traf ich nicht. Und ich kann mich nicht bereitmelden noch jetzt. Da traf ich nicht. Gut, dann steht's 1-1. Richtig. Ja, wie viele Kills hast du denn jetzt überhaupt gemacht? Ich hattest jetzt gar nicht gerafft. 23 zu 15. Mann, geh doch. Ne, klaut er mir den auch noch. Ah, den hab ich auch. Der freut er sich. Gib mir den. Ach, schau, den hast du schon. Ich hab irgendeinen Kadon aufgehoben. Wo soll ich damit hin? Anderes Ende der Brücke? Achso, wir müssen die Brücke aufsprengen. Ich nehme erstmal den weit entferntesten Punkt. Ja. Du weißt, was am Dicken noch kommt. Machst du schnell damit. Sag ich ja, du bist so unter Zeitdruck, ja. So vom Speed her. Oh, die kommen hier von vorne mit Mollos. Okay, ich komme. Achso, ich kann hier die Kiste auch ablegen. Nein, dann war Rauch schon weg. Ich bin schon da. Jetzt brennt da vorne natürlich alles. Ne. Nur mal Glück gehabt. Von den Diggern müssen wir ihn holen, ey. Viel Stück, glaube ich. Schade, dass du den nicht schmeißt. Warum mit dem Scharfschützenlicht hab ich gerade gesehen. Stimmt das? Ja, hinter uns irgendwo. Hey, Sniper! Ich hab zumindest Hitmarker bekommen. Ja, Langstreckenküge, der Mikro. Du bist da. Du bist da, der nächste Kiste. Ja, wo du. So, der ist schon mal eine Flamme aufgegangen, der Typ. Komma. Okay, ich hab eine Kiste. Aua. Ich hab den Typ. Der Haupt. Da kommen von der anderen Seite, kommen zwei über die Brücke? Ja, hinter uns, neben uns sind auch noch welche. Ich würd ganz gerne mal die Kiste einfach nur schmeißen wollen. Aua. Boah, ich bin fast tot. Überlebe. Oh, wie lahm sie sich die Spritze gebt. Ich hab mich immer über Jason aufgeregt. Oh, der stirbt nicht. Du kriegst die Messer, komm mal her. Ich hab ihn. Der ist wegportet. Ich hab ihm einen Kopfschuss gegeben. Hey, ich wirklich, ich schieße ein ganzes Magazin in den Typen und der kippt einfach nicht um. Der hat von rechts irgendwie beschossen. Ja, ich will grad gucken, was das ist. Das ist irgendwo hinten in den Büschen, das ist ein MG oder so. Okay, wir können uns zurückziehen. Lass das einfach abbauen. Dann mal weg hier, ich brauch eh Munition. Lass wir Munition schnell aufnehmen. So. Was haben wir hier nach? So, die Schalter. Ja. Aiming like a boss. 10 Sekunden. So, er will wieder die meisten Kills machen, verschwendet nochmal Munition, weißt du? Na, jetzt kotz ihn. Immerhin hab ich ihn nicht bekommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig. Wunderbar. Wenn ihr euch vereilt, erreicht ihr das Dorf, bevor der Convoy da ist. Geht durch die Höhle davon. Danach sollt ihr es nicht mehr weitergehen. So, nochmal alle durchladen. Ja, das machen wir aber erst im nächsten Part, Freunde. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.